Wenn Dinge in Bewegung gesetzt werden sollen, sind Elektromotoren eine gute Wahl. Elektrischer Strom wird dabei in Bewegung umgewandelt. Dem Geheimnis eines Elektromotors kann man auf die Spur kommen, wenn man mit einem Magneten, einer Lampe, einem Kabel und einer Stromquelle experimentiert. Die Lampe soll uns zeigen, dass durch dieses Kabel tatsächlich ein elektrischer Strom fließt. Begegnet dieser Strom auf seinem Weg einem Magneten, passiert etwas sehr Spannendes. Das Kabel setzt sich in Bewegung. Ein spulenförmig aufgewickelter Draht kann sich bereits drehen. Für den Bau eines Elektromotors braucht man jetzt nur noch etwas technisches Geschick. Pionier beim industriellen Einsatz von Elektromotoren war Werner von Siemens. Er baute 1879 auch die erste voll funktionsfähige Elektro-Lokomotive, die auf der Weltausstellung in Berlin bereits 40.000 Fahrgäste beförderte. Heute fahren elektrische Züge auf Hauptstrecken und im Nahverkehr. Egal ob S-, U-Bahn, Straßenbahn oder Intercity-Express. Sie alle sind Urenkel der ersten elektrischen Eisenbahn von 1879. Die Elektromotoren eines ICE leisten mit 13.000 PS etwa so viel wie die Verbrennungsmotoren von 100 sportlichen PKWs. Das Funktionieren aller Elektromotoren beruht auf dem physikalischen Prinzip, nachdem stromdurchflossene Drähte in Magneten in Bewegung gesetzt werden.